Die nächste Kandidatin der MissAutoZürichwahl, stell dich bitte mal kurz vor. Hallo miteinander, ich bin Desiree, bin 19 Jahre alt, wohne in Talwil und bin im Moment als Dentalassistentin tätig. Weisst du, welche Reifen der Alfa Romeo, die MissAutoZürich gewinnt, dran hat? Yokohama, stimmt das? Genau, sehr gut. Wie schätztest du deine Chancen ein? Ja, mittelmässig. Wir haben sehr hübsche Mädels darunter. Mal schauen, was sich daraus macht. Gratuliere dir zuerst mal und bis bald. Bis zum nächsten Mal.